hey freunde willkommen zum heutigen test wir testen noch einmal die roten croissant von fire event die sollten bis jetzt jeden ein begriff sein genau das handy ist immer dabei ja und zwar sind das sehr gute büller es gibt auch vom funke einen vergleichsartikel den blauen berber glaube oder so ähnlich hier haben wir 20 stück drin preislich habe ich bezahlt 6 euro ist sehr günstig 6 euro wir haben eine neem von 30 gramm auf 20 stück und gekauft wurden sie in der einkaufstor 2022 im groschenmarkt ja und dann würde ich mal sagen schauen wir uns mal an ob die immer noch so toll sind immer noch so gut sind wie gesagt es müsste eigentlich ein produkt aus 2020 sein ich habe sie lange nicht mehr zündet ich habe sie gezündet wo sie raus kam und dann würde ich sagen schauen wir uns noch mal noch die geld wert sind so dann machen wir jetzt weiter mit den roten croissant und gucken ob sie noch immer noch so gut sind die sind sehr gut für eins gemacht wenn man so mal legt so ein d-beleutung gut schön ja wenn ich sogar weniger eigentlich also ich finde sehr gut der wind ist natürlich ach jetzt geht doch wohl auch zurück so und der letzte für euch also 1,5 gramm ganz okay wenn der wind nicht wäre ja ja ja